Was ist das? Luis Figo. Der Tesla-Chef ist das. Nein, der Koch, oder? Elon Musk. Nein, das ist der Koch. Ist das der? Nein, der Jamie Oliver. Ah, so heißt der, ja. Ja, die scheint sich aber verwechselt endlich. Stimmt, ey. Damals Duchl. Da hab ich nicht einmal geschaut. Eins gar Bayern-Finish. Da hat der Herr Feiler gesehen. Die Oma. Die Jazz-Kette. Den hab ich noch nie gesehen. Aber ich hab ihn schon gesehen. Der schaut aus, wie der Kick liegt. Nein, nein. Ich weiß nicht. Ja, das hätten wir auch wissen können. Sergio Perez hätte ich gekämpft, aber du bist so flink. Okay, jetzt muss ich auch drauf drücken gehen. Wie heißt sie? Wohl, ich weiß es. Was sag's? Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Das ist die Dame, die die Black Widow spielt. Und die heißt... Spinje. Das kann jetzt schon ernst. Der will ja so ein Schauspieler sein, oder? Vergräser nicht, oder? Keine Ahnung, keine Ahnung. Der Schönling, haben sie ja gesagt. Ich weiß nicht. Wie heißt der jetzt? Walter Gräser. Nein, leider. Warte. Warte. Ja, genau. Mensch. Ja, genau. So haben wir's zusammen. Stefano Zizibas. Diese Sängerin, glaube ich. Taylor Swift, sag ich. Was ist das? Luis Figo. Ole. Nein. Antonio Banderas. Was? Alberto Domba. Alberto Domba. Ich sag Luis Figo heute. Das ist feinlich. Das ist der John... Alberto Domba. Ich bin in der Domba, nicht der. Fuck that. Mario Heister. Der Bergdoktor. Domba heißt... Ja, genau. So deppert bin ich jetzt auch wieder nicht. Ah, wie heißt er? Bergdoktor zählt schon, das passt schon. Wohl sicher. Siegl heißt er, aber wie heißt er im Vornamen? Hans. Hans Siegl. Nein. Antonio Banderas. Was ist denn so einfach?